Hi, ich bin der Kai und in diesem Video zeige ich dir einmal, wie einfach du aus ePlan heraus deine Klemmbeschriftung für deine Vago-Klemmleiste mit einem Vago Smart Printer ausdrucken kannst. Ich zeige dir auch, welche Software und Add-ons du dafür brauchst und wo du diese findest. Also, viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir uns den ePlan anschauen, wie wir das Ganze exportieren und mit dem Vago Smart Printer ausgeben können, müssen wir uns erstmal kurz die Vago Software Landschaft anschauen. Bei Vago gibt es für unsere Elektro-Konstrukteure eigentlich drei wichtige Software Tools. Das eine ist die Vago ePlan Interface Schnittstelle. Das ist quasi die Schnittstelle zwischen Vago und ePlan, mit der du deine Daten übertragen kannst. Als nächstes gibt es noch die Beschriftungssoftware Smart Script, welche für deinen Smart Printer geeignet ist und du hier deine Beschriftung auch manuell anlegen könntest. Mit Smart Script kannst du dann die ganze Sache an deinen Drucker senden und dort ausdrucken. Und dann gibt es noch das Vago Konfigurationstool Smart Designer. Auf den Smart Designer gehe ich in diesem Video nicht ein. Wenn dich das Tool interessiert, dann schreib es mir doch einfach unten in die Kommentare und ich mache auch dazu ein Video. Für das Drucken der Klemmbeschriftung über einen Smart Printer von Vago benötigen wir also lediglich die Vago ePlan Interface Schnittstelle und die Beschriftungssoftware Smart Script. Die Schnittstelle zwischen ePlan und Vago findest du natürlich auf der Vago Homepage. Den Link dazu packe ich dir mal unten in die Videobeschreibung. Hier kannst du dann einfach den Download starten und das Ganze installieren, passend zu deiner ePlan Version. Und um die Klemmleisten dann auch noch nachträglich zu bearbeiten oder eventuell auch manuell anzulegen und auszudrucken, benötigst du noch die Beschriftungssoftware Smart Script. Auch diese Software ist kostenlos und den Link, wo du die Software findest, packe ich hier ebenfalls unten in die Videobeschreibung. Wenn du die Schnittstelle und Smart Script installiert hast, dann solltest du in deiner ePlan Version jetzt hier oben so einen Reiter von Vago haben. Beim Installieren der Schnittstelle bekommst du ebenfalls die Schnittstellen zum Smart Designer, welchen ich in diesem Video ja nicht behandle. Und hier bekommst du dann auch die Exportfunktion zum Smart Script. Jetzt fügen wir aber erstmal eine kleine Klemmleiste ein. Dafür gehe ich jetzt in mein Einfügezentrum und suche mir mal ein paar Vago-Klemmen raus. Ich nehme mir hier einfach mal die 2202-1201 und setze die hier in meinem Schaltplan ab. Falls du die Artikeldaten von Vago noch nicht in deiner Artikeldatenbank hast, dann kannst du diese einfach im Data-Portal runterladen. Dort sind diese alle verfügbar. Jetzt nehme ich noch hier so eine Endklemme und noch eine PE-Klemme und nenne die hier noch um. Und jetzt öffne ich einmal meinen Klemmleisten-Navigator. Dazu kannst du entweder unter Ansicht hier unter Öffnen, die alle Navigatoren aufrufen und hier den Klemmleisten-Navigator aufrufen. Oder du gehst unter Betriebsmittel und findest hier den Klemmleisten-Navigator. Und wenn wir jetzt hier auf der Klemmleiste einmal rechte Maustaste drücken und dann Ausweis synchronisieren, springen wir ja in unserem Klemmleisten-Navigator direkt zu unserer Klemmleiste. Was wir hier an der Klemmleiste jetzt noch machen, ist, dass wir noch eine Klemmleisten-Definition hinzufügen. Hier schreibe ich als Funktionstext einfach mal hin. Meine erste Klemmleiste und sage OK. Wenn ich jetzt nur eine bestimmte Klemmleiste ausgeben möchte, dann kann ich die jetzt in meinem Klemmleisten-Navigator markieren, gehe dann hier auf den Reiter WAGO und auf Marking Export. Möchtest du das ganze Projekt exportieren, kannst du auch einfach im Seiten-Navigator das ganze Projekt markieren und dann über Marking Export gehen. Ich möchte aber jetzt nur diese eine Klemmleiste einmal ausgeben, markiere die in meinem Klemm-Navigator, gehe auf Marking Export und jetzt öffnet sich schon die WAGO-Beschriftungssoftware. Und hier wähle ich jetzt aus, was ich eigentlich an Beschriftung ausgeben möchte. In diesem Video geben wir einmal die Klemm-Beschriftung aus. Das heißt, ich lasse das Ganze hier oben markiert, dann klicke ich einmal auf Weiter und habe jetzt ja nur die eine markierte Klemmleiste hier zur Auswahl. Hättest du jetzt das ganze Projekt markiert, dann hättest du natürlich alle Klemmleisten aus deinem Projekt. Wenn ich jetzt auf Weiter gehe, muss ich hier jetzt noch mein Material auswählen. In meinem Fall ist das dieser Beschriftungsstreifen TopJob S mit der Artikelnummer 2009110 und kann das Ganze so stehen lassen. Und hier kannst du jetzt noch anwählen, ob du auch die Strukturkennzeichen mit ausgeben möchtest. Meine Klemmleiste, wie du hier siehst, hat ja das Funktionskennzeichen HB1 und den Ort plus A1. Ich gebe jetzt einfach mal lediglich das Funktionskennzeichen mit aus, den Ort lasse ich weg und das Betriebsmittel. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder Exportieren zu drücken oder direkt auf Drucken. Wenn ich alles richtig eingestellt habe und an der Klemmleiste nichts mehr bearbeiten möchte, dann kann ich von hier jetzt direkt auf meinen Drucker das Ganze ausgeben. Wenn ich allerdings die Klemmleiste nochmal ein bisschen bearbeiten möchte, dann kann ich mein Projekt jetzt erstmal exportieren und speichere mir dieses Projekt einmal ab. Jetzt bekomme ich auch die Meldung, dass das Ganze exportiert wurde und kann das mit OK bestätigen. Möchtest du übrigens deinen Dateinamen einstellen, dann hast du auch hier die Möglichkeit, über Marking Settings hier unten den Dateinamen zu konfigurieren, so wie dieser dann abgespeichert werden soll. So und jetzt öffnen wir einmal Smart Script. Und jetzt gehen wir einmal über den Button Import und wählen hier unser Projekt aus, welches wir öffnen wollen. Jetzt entere ich hier die Ansicht wieder und sehe jetzt, dass mein Projekt hier mit dem Datum jetzt auch vorhanden ist. Jetzt kann ich einfach einen Doppelklick auf dieses Projekt machen und habe jetzt hier meine Klemmleiste. Wie wir eben eingestellt haben, mit dem Funktionskennzeichen und dem Betriebsmittelkennzeichen. Und hier hast du natürlich jetzt die Möglichkeit, das Ganze noch zu verändern. Du kannst zum Beispiel hier neben unter Allgemein deine Klemmen einfach wieder rumdrehen. Du kannst natürlich auch dein Betriebsmittelkennzeichen nicht fett machen, sondern vielleicht einfach dünn. Und wenn du einen Drucker hast mit einer Schneidefunktion, dann kannst du auch sogenannte Schnittmarken hinzufügen. Wenn ich hier einfach mal klicke Anfang, Ende, Druckbereich hinzufügen, bekommst du jetzt diese Pfeile hier und kannst die dahin schieben, wo dein Drucker später die Klemmleiste abschneiden soll. Dann bekommst du die Klemmleiste schon auf der passenden Länge abgeschnitten aus deinem Drucker heraus. Jetzt klicke ich hier mal auf Annehmen und sage, dass meine Klemmleiste jetzt so okay ist und möchte diese jetzt ausdrucken. Dafür gehe ich dann einfach unter Menü, Drucken, dann bekomme ich hier jetzt noch mal die Druckvorschau und hier oben auch schon angezeigt, ob mein Drucker vorhanden ist. Wenn ich jetzt auf Drucken klicke, dann sendet Smart Script meine Klemmleisten-Beschriftung an den Smart Printer und druck diese aus. Jetzt bekomme ich auch eine Rückmeldung, dass der Druckjob abgeschlossen ist und ich kann meine Klemmleisten-Beschriftung aufbringen. Falls du noch Fragen zu dem Thema hast oder gern weitere Videos zu dem Thema Beschriftung sehen möchtest, dann schreib sie mir doch bitte einfach unten in die Kommentare. Ansonsten war es das wieder. Ich würde mich wie immer freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben dalässt, meinen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Also, mach's gut, bis zum nächsten Video.